Hi, mein Name ist RGK, ich bin Maschinenbauingenieur. Hier geht es um technische Themen oder Themen, die interessant sind für Ingenieure und Techniker und angehende Ingenieure und Techniker. Hier möchte ich euch einfach alles Gute wünschen fürs nächste Jahr. Setzt euch Ziele, erreicht diese Ziele, macht weiter, abonniert meinen Kanal. Mein Ziel, das ich auf meinen Kanal beziehe, ist 100.000 Abonnenten. Das wäre perfekt. Ich weiß, mit diesem Thema ein sehr ambitioniertes Ziel, aber wenn du mir dabei helfen willst, dann abonnieren, möglicherweise Glocke setzen. So, noch ein Punkt, ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Ich habe eine Idee und die ist noch nicht ganz ausgereift, allein schon vom Titel her. Und zwar habe ich eine Idee, ich möchte 100 Bilder erstellen und das wie folgt machen. Ich würde dann so ein Bild machen, nach und nach würde es passieren und an diesem Bild soll ein bestimmtes Mechanik oder Dynamikprinzip in der Praxis umgesetzt, dargestellt werden. Und dann würde ich über dieses Bild hier ein YouTube Video machen, darüber sprechen, das erläutern, nach so einem YouTube Video würde ich dann noch Notizen einfügen mit bestimmten Pfeilchen, siehe hier, das siehst du das, siehe hier, das siehst du das. Das Prinzip sowieso wird hier so und so umgesetzt und dann könnte jeder Zuschauer dieses Bild dann entsprechend haben. Mich auch vielleicht ein bisschen dafür unterstützen, aber so ist der Grundgedanke. Wie findest du die Idee und welcher Titel wäre für diese Idee aus deiner Sicht gut? Also Mechanics by Pictures würde ich zum Beispiel sagen, wenn es Mechanics and Dynamics by Pictures, wenn es Englisch wäre. Gut, man könnte es vielleicht sogar auch Englisch machen, aber wie aus deiner Sicht müsste so ein Projekt heißen? Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, Gottes Segen sage ich nicht unbewusst, ich halte davon sehr viel. Bis dann.